Viel steht eigentlich nicht mehr zwischen uns und unserem Ziel. Jetzt ist nur die Frage, wie ich hier diese Patrouille wegbekomme. Die kann ich eigentlich alle relativ einfach wegmachen. Glaube ich zumindest. Die Frage ist aber halt echt hier diese Gruppe. Zusammen, wir sind stark. Und ich denke, da werde ich irgendwie einen Hinterhalt bauen müssen. Ich weiß nur noch nicht so ganz wie. Ich denke, das Ganze müsste ich eigentlich hier vorne durchführen können im Moment. Das sollte keiner mehr sehen. Jetzt kann P.S. Armer. Der Angriff, ja das könnte irgendwie klappen. Also ich müsste wahrscheinlich mit der Donnerbüchse den Samurai killen und dann irgendwie die beiden Sachen noch ausschalten. Ich teste einfach mal verschiedene Methoden gerade. Ah, Aiko-san. Ich bin glücklich, dass du mich für diese Verkäufe mitgebracht hast. Ich kann nicht die Gefühl, dass nicht alles so ist, wie es aussieht. Lass uns bequem. Hat er absolut recht? Also so in der Richtung, nur ohne das Geschrei und den Alarm und so. Ich hatte nicht gesehen, dass da diese blöden Hühnchen stecken. Hat sich jetzt etwas blöd gelaufen. Handkann, bereit. Ich glaube, ich mache gleich einmal kurz diesen Zivilisten hier erstmal weg. Könnte ich den nochmal umhauen. kurz mal einmal in die Testatobelung gucken. Y, genau. Ich kann den einmal dann seine Hütte sperren, kann in die da. Ah, Aiko-san. Ich bin glücklich, dass du mich für diese Verkäufe mitgebracht hast. Ich kann nicht das Gefühl, dass es nicht immer so ist, wie es aussieht. Lass uns bequem. Du kannst jetzt resten. Ich bin glücklich, für den Shogun. Das heißt, den haben wir da untergebracht. Diese blöden Hütchen jetzt nicht hier wären. Also müsste ich jetzt wahrscheinlich irgendwo hier drüben durchführen, wenn der Hinterhalt der nicht will. Ich weiß echt nur noch nicht, wie ich das mache. Ah, Sake. Kann folgendes probieren. Ob die jetzt da hingehen. Also... Okay, also das schützt die quasi davor. Ich meine, das hätte ich eigentlich schon mal festgestellt. Der Samurai schützt die anderen beiden quasi davor, dass die dadurch abgelenkt werden. Ich werde silent sein. Für Arbeit. Das können wir also nicht benutzen. Hm. Meine Hände sind ständig. Kann ich den denn irgendwo hier draußen verschießen? Ich kann hier nämlich nicht hinschießen, ist das Problem. Ja. Nicht das von hier vorne. Hm. Taking position. Nicht wirklich. Ich finde, hinten könnte es gehen, aber dann werde ich wahrscheinlich von dem bemerkt, ob das eigentlich egal wäre. Glory awaits. Das ist echt... Tricky. Ich will nicht. If right thing were for me, I'm smart. I will remain. None shall remain stand. Generell so, aber ich glaube von hier. Von hier müsste das gehen, weil eigentlich hat nur er mich gesehen und dann am geschlagen. Also das Kargishammer-Double. Wo genau gehen die denn hier hin und was sehen die hier? Ich werde silent sein. Ich teste einfach mal, ob das funktioniert. Okay, dann gehe ich da auch raus. Okay, das ist gut zu wissen. Rausgehen, umschießen und dann im gleichen Moment hier das benutzen. Das müsste ich eigentlich aufrecht stehen können. Das kann hier niemand einsehen. Eigentlich. Wir testen. Jetzt mal daneben geschossen. Warum habe ich eigentlich daneben geschossen? Das ist schon eine gute Frage. Also aimen sollte ich dann schon noch können, Dennis. Langsam. Ich glaube auch nicht, dass das tatsächlich die richtige Taktik ist, also die ich benutzen sollte. Wenn der Typ da so wegläuft, das ist halt die Frage. Das war ein bisschen blöd. Nein. So nicht. So nicht. Das ist ja nicht hinter den Hairgear. Das würde es genauso hier nicht funktionieren. Der müsste näher dran sein. Kann man folgendes gucken, dass ich ein bisschen hinter den Hairgear? Das könnte ich ja machen. Ich glaube tatsächlich, sollte ich eigentlich mehrere Charaktere verwenden. Nicht nur einen. Sehr gut. Ich muss es nur hinkriegen, dass es passiert, bevor ich hier vorne bin. Das ist wahrscheinlich gerade die super unelegante Lösung, die ich hier benutze. Ob unelegant oder nicht, es hat funktioniert. Ich werde sehr, sehr glücklich sein. Es hätte bestimmt, wie gesagt, irgendeine tolle Lösung gegeben, die ich hier zuerst mal nicht gesehen habe. Nun wurde sogar einmal angeschossen quasi von hier oben gerade. Aber alles cool. Und jetzt könnte ich eigentlich mit Yuki weitermachen. Und nach und nach die Typen hier rauslocken. Ja, es funktioniert. Das funktioniert. Wichtig ist, meine Zutatnens shells! Wichtig! Wichtig ist, Lied. Ja, funktioniert. Nach, Lied. Ob das überhaupt beginnt. Das ist ja. Amauru. Amauru. Guck. Guck. Die Böden sind. So. Wie gesagt! Na. Die Zutatnenscheidung ist. Die Zutatnenscheidung. Böden sind. Ja, man wundert sich ein wenig, warum Kagesama da so ruhig sitzt. Wie gesagt, ich hab ja da meine Theorie schon zu, die wahrscheinlich auch bestätigt werden wird. Oh, ich kann das tun. Sneaky. Schönes Tune. Ja, es funktioniert trotzdem. Und beide kommen. Ja, okay, dann muss ich wahrscheinlich... Da wurde natürlich schon Alarm ausgelöst. Wenn ich Hayato da irgendwo in der Nähe einfach verstecke. Da zum Beispiel, das müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe jetzt mal, dass das keiner sieht. Und da oben kann Takuma gleich noch ausschalten. Oh. Achso, ich muss kurz da mal reingehen. Hm, da ist ein Gefühl. Ah. Ah. Suche eine gute Sicht. Final Shot. Hm. Simple. Gut. Nur noch eine Wache. Hier. Silent steps. Wake up, little June. Huh? Oh, where'd I put it? Sneaky. Okay, hier sollte ihr vielleicht natürlich auch schon wieder mitnehmen. Got you. Soft souls. Oh, coiled up like a snake. Hm, 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 hm. Wants to be taken. Um. Always ready. I'm going in. Time for sword work. Shuriken Jutsu. Move like water. We have the advantage. Hm. 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 A special powder. Huh? Just a simple hairpin. Skill over notice. The drop of blood. Quiet. I'll take that. No noise. Yeah. Den da rein. Now, let us be satan. Heiko nimmt den mal. A plan in motion. Keine Ahnung. Hinter den Felsen oder so. Let's get going. So, jetzt machen wir das ganz normal. Is it a puzzle? Birds voice. Wake up, little- Hm, 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 hm. Ah. Don't step in the spot. Wake up, little June. I heard that. The fox is hunting. The fox is hunting. Come on, focus. Tup, tup, tup. Worked. Wie viel auf die Toilette hier drauf passen, ist der Wahnsinn. Oh, waiting is boring. Ja, waiting is so boring, aber die kann ich anders. No one will miss it. Yes? Zero. Time to move. No noise. Quiet. Don't need a blade for that. We've got him. Move like water. Now. A trap. Damn. What? No. No. Stay back. It is done, Kagesama. The old man was on a slope nearby. They came alone just like you said. Kagesama! You! I remember my brother giving you this. A remarkable weapon. Such a waste. It makes no sense. How is this possible? My brother and I disagree on so many things, Mugen. If you knew the extent of it, you would not be surprised. Then what do you want? Traitor! A great deal. Mugen. From you. I want to know where you hid Rionosuke. Do you think I would let you harm the heir to the Shogunate? Of course not. I know you, Oshiro Mugen. You are the most loyal man I have ever met. You would rather die than betray your precious Shogun. But I wonder how far does your loyalty to my brother go? Far enough to sacrifice your friends, these people you are so proud of. Would you rather watch them die? Damn you! Damn you for all eternity! The boy, Mugen. Or she will be the first to die. Go ahead. I would face death with open eyes. Aiko-san! Shut your mouth, brat! A decision, Mugen. It does not have to be like this. My name is Oshiro Mugen. I am samurai. A samurai must serve his lord. Protect his lord. Die for his lord. But I cannot... I cannot let my companions die! No! My Shogun! Forgive me! A wise choice, Mugen. Swear to me. On your life. And the life of your son. That you will not harm my companions. I will not touch them. On this, you have my word. Then... I yield. You have won. Good. You will lead the way. Your friends will come with us. Masaru, see that they are secured. They are not to be harmed. Is that understood? Hm. Yes. Father. You! What are you waiting for? Get to work! Das waren nicht mehr viele übrig am Ende. Eine Wunde erledeten. Das war die mit Mugen. Abzeichen wäre noch gewesen. Tötete drei Feinde mit einer einzigen Granate. Da hätte ich die wahrscheinlich ranlocken müssen an Takuma. Tritte nicht auf Oberflächen, Leute Geräusche verursachen. Also nicht in das Wasser. Verberge alle leblosen Körper in Büschen, Brunnen, Hintertüren etc. Okay, dafür lagen ein bisschen viele einfach in der Gegend rum bei mir. Kargeshammer bewusst durchschlagen, statt ihn zu töten. Also den angeblichen Kargeshammer war es ja nicht. Und in unter 10 Minuten kann man es schaffen. Holy shit. Wie immer Yuki, die mit der ich am meisten Zeit verbracht habe und die ich auch am meisten eingesetzt habe. Darauf bin ich auf dieser Aktion bin ich eigentlich ziemlich stolz hier. Das ist das Geklappte mit der Kanone und dem Schwertwirbel. Ziemlich cool. So, wir gucken immer noch auf jeden Fall in den Start der nächsten Mission rein. Jetzt sind wir alle gefangen genommen. Wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Mal schauen. Zehnte Mission freigeschaltet. Bergzuru. Im Gefängnis und im Schnee mal wieder. Hatten wir lange nicht. Die letzte Schneemischung war die dritte. Schauen wir uns die mal an. Fürsten Noboru ist ein Verräter. Mugen muss sich seiner dunkelsten Stunde stellen. Währenddessen geben seine Gefährten alles, um zu entkommen. Wieder mit allen fünf. Abzeichen die ich noch nicht sehen kann. Und wir schauen uns das ganze mal an. Wie wir aus dem Gefängnis ausbrechen. Eigentlich auch so eine klassische Mission sage ich mal. Wahrscheinlich keine Ausrüstung haben am Anfang. Die wir uns nach und nach besorgen müssen. Mit dem Schnee können wir wahrscheinlich auch ziemlich coole Manöver durchführen. So, mal schauen. Mal schauen, wie du mir auf der Patience gesagt hast, Mugen Sensei! Wir lesen uns sehen, wie Patient du kannst. Masaru, nicht verlieren deine Worte. Wichtigste Dinge passieren. Noboru-sama. Mugen-Sensei. Masaru-san. What a pleasant surprise. Dear nephew, you cannot know how delighted I am to see you. You bring good news, I hope. Has Kage-sam been defeated? I am afraid matters have changed quite drastically, nephew. I have failed you, my lord. What is the meaning of this? Uncle! What are you doing? Only what must be done. Motheru. Yes, father. Mugen, please! Explain yourself! I cannot... Forgive me. Mugen! Why? Rianosuke. It is finished. Mazaru, go prepare for our departure. Yes, father. Why? Why did he have to die? What madness possesses you? This peace we have now. It is not our way. We are men of the sword. My brother is blind. You, of all people, should understand. Every man chooses his duty. Without duty, life has no purpose. And it is my duty to lead Japan back to her true glory. I wonder, now that you have failed in your duty, will you do, what must be done? Farewell, Mugen. We will not see each other again. No, they took Aikū-san away. Where did they take care? Such is the extent of his treachery. What will he do to the Shogun's son? Mugen, don't you dare die now. I have to get out, damn it. Damn it! So, first of all, let's save it before we go on the way. So, the task is to get out of the prison. Hayato, Yuki and Takuma from the cells be freed. The Eiko is freed from somewhere else. And then all of them are gathered at Mugen. The walls are too slick to climb. Damn it! Also, der hat scheinbar Yuki's Messer, wenn ich das richtig sehe. Right. Close one. Also, wenn ich mich hier verstecke, kommt der wahrscheinlich hier rein, ne? I'll make noise. I have my cane. I have my leg. Both no use without ammunition. Got to be fast. That noise. Ja, komm mal nachgucken hier mit dem Geräusch. Okay, juck dich nicht. Ähm. Sieht noch mit ziemlich coolem Level aus, muss ich sagen. Nein. 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 Du kannst nicht raus. Du schuldig. Der Versperr ist auch hier. Ja, äh, also ich vermute mal, dass Mugen versucht, oder zumindest plant, sich umzubringen danach. Ich hätte eigentlich gedacht, dass die Wache dann mal hier reinguckt, wenn ich hier nicht, also wenn ich hier drinnen Krach mache und er mich nicht sehen kann. Ähm, wo ist denn der Typ mit dem Messer jetzt hingegangen? Kommt der wieder? Hm, ich wundere, wo ist Kuma jetzt? Ja, hier oben ist Kuma. Äh, also ich probiere einmal kurz aus, was passiert, wenn ich hier drinnen bin und der mich nicht sehen kann, ob der denn hier reinkommt. Äh, das Problem dürfte nur noch sein, ich kann den nicht niederschlagen, denke ich. Was ist ein Samurai? Was liegt da so? Geh ein Ratschlauch von diesem Samurai. Nein, du musst erst raus, du schuldig. So, jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Interessiert mich einfach mal, was er macht. Naja. Er sucht mich und ich bin weg. Was ist das? Er sucht die Alarm! Jemand hat es geschafft! Sicher den Existenz! Lass niemand die Prisone weg! Ich frage es, ob das jetzt so richtig war oder nicht. Also Hayato, okay, ich habe ihn ergeblich befreit. Ähm, das Problem ist nur, jetzt komme ich hier noch nicht weg im Moment. Das macht es jetzt nicht unbedingt einfacher, glaube ich. Weil der Typ rennt nämlich jetzt hier wie so ein aufgeschrecktes Hühnchen durch die Gegend. So auf jeden Fall nicht, aber äh, so ähnlich. Gucken wir uns dann mal in der nächsten Folge an, wie es hier genau weitergeht. Bis dahin, erstmal danke fürs Zuschauen und bis dann!